Ein Bohrerstuhl sollte natürlich bequem sein. Die Ergonomie sollte man auch nicht vernachlässigen, mit Blick auf eine Ergonomie. Und natürlich hat die Stühle bei ihnen sehr viel möglich, keinen individuell einzustellen. Und unsere Erfahrung war bisher, das ist mit den Teilgrundstühlen möglich. Ja, man setzt sich rein, man stellt ihn ein und so ein Stuhl bietet sehr viele Möglichkeiten, findet nach einer gewissen Zeit auch eine angenehme Position und das war überraschend bequem von der Sitzhaltung her. Es war eine sehr positive erste Überraschung. Wir haben festgestellt, die Qualität hat gestimmt der Stühle. Wir haben ja verschiedene Hersteller ausprobiert und die Auswahl auch der Mitarbeiterschaft fiel auf den Teilgrundstuhl. Wir haben die Stühle bestellt, sie wurden in Time geliefert und sind bis heute zufrieden.